Hallo zusammen, mich hier ist wieder Eutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und sollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Quest-Achievement und zwar heißt das, ich bin Säbeltron und für dieses müssen wir jede Farbe von den Säbeltrons einmal haben und diese auch umbatschen. Und das ist eines der ätzendsten Erfolge, denn man muss hier relativ lang warten, etwa, ja ich habe jetzt drei Monate gewartet, bis jetzt der letzte Säbeltron nicht mal ab ist. Von was rede ich genau und zwar sind die Säbeltrons nur da, wenn wir quasi eine Worldquest haben, die heißt auch Säbeltron. Diese ist relativ selten mal ab und dementsprechend muss man auch noch ein bisschen Glück haben, denn wenn wir jetzt hier mal in diese Höhle reingucken, also beziehungsweise ich sage erst mal die Koordinaten, das ist auf 35, 42 hier im Sturm, sagen wir ein Tal. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, haben wir in dieser Höhle 1, 2, 3, 4 Säbeltron und hier, ich tagge den jetzt einfach mal, den brauche ich nämlich auch fürs Achievement noch. Mit diesen, ja, 4 beziehungsweise 5 Säbeltron, eine ist ja gerade aktiviert, können wir die quasi als Boss umhauen und wenn der jetzt stirbt, tada, da ist mein Achievement, ist es so, dass man quasi einen Mechaniker hat, das ist der hier und, nee, Moment, das ist eine normale Mechanikerin, es gibt noch einen Säbeltron-Mechaniker und wenn man den umbringt, dann wird einer von den Säbeltronen aktiviert. Der Standard-Säbeltron ist quasi der rote, der ist immer ab und mit einer, ja, relativ geringen Chance ist dann dementsprechend ein anderer von diesen Säbeltronen ab. Und dementsprechend ist es so, dass mit der Worldquest gerade hier quasi der Orange da ist und der kann dann aber auch nur getriggert werden. Heißt, ihr müsst hier jede Worldquest mal hergucken und schauen, welcher von denen gerade hier quasi aktiviert wird. Diesmal ist es jetzt der Orange, das letzte Mal war es, glaube ich, der Gelbe, davor der Grüne. Ich hatte es aber auch leider schon, dass dann einer ab ist, der quasi, ja, schon dran war und ich dementsprechend jetzt nochmal eine Runde mehr warten musste. Heißt, man muss hier zumindest fünfmal her, wenn man Pech hat, sogar öfter. Und ja, ihr seht, hier haben wir nochmal diesen Typen, Säbeltron-Techniker heißt der, nicht Mechaniker. Und wenn wir den umboxen, dann wird wieder einer von denen aktiviert, wenn dann der Orange, der jetzt ab ist oder der Standardmäßige, quasi der Rote. Aber diesmal kann kein anderer, also der Gelbe kann nicht ab sein, der Grüne kann nicht ab sein und ich weiß gar nicht, was das hier, was das für eine Farbe sein soll. Gucken wir mal rein, was das letzte ist so. Ach, das ist Kupferfarben. Okay, Kupferfarben. Also wenn ich den jetzt hier besiege, dann müsste gleich wieder einer kommen und jetzt seht ihr, okay, der, hier, der Orange ist wieder ab. Und ja, mehr ist es nicht. Ihr müsst halt einfach nur schauen, dass ihr immer, wenn die World Quest aufgeploppt ist, dass ihr hier vorbeiguckt. Dann habt ihr es nach, ja, einer relativ Langeweile wie ich. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück und es kommt jetzt in Zukunft ein bisschen öfter, das Ding. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer TLA, bis zum nächsten Mal. Ciao.